Wir sind alle drei zusammen? Beinand, das ist aber gar nicht mal so blöd, weil wir haben echt gute Dinge, ne? So, ich bin wieder alleine. Ja, perfekt! Boah, Alter, wie der schnell ist. Vorbei geht der. Oh, perfekt! Oh mein Gott, ja, aber ich hab dieses eine Ding drin. Oh, ne, ist das Fluch drin. Fluchruin. Oh nein. So, dann schau ich mal gleich rein. Alter, das ging so flott, grad voran dieser scheiß Fluchfähe. Machst du wieder alles. Ja, Alter, weißt du was? Ich hab ja dieses eine komische Zahnrad drin, dass ich zwei schwere Skillchecks hab, ne? Oh Mann. Und dass es dann 15% auf einmal macht und ich hab beide perfekte gekriegt. Perfekt, ja. Die Killer wird sich jetzt gleich auch verarschen, Volker. Alter, komm schon, Alter, das gibt's jetzt nicht, oder? Ja. Gott sei Dank. Oh, das ist die, es ist die Hexe wieder. Es ist vielleicht genau der gleiche, wie wir vorhin. Bleiben wir zusammen? Nein? Ja, du bist, doch. Ja, jetzt ist die Janet bei uns, aber du bist weg. Ja, ich dachte, ich bin halt in die Gegensätze-Richtung von der anderen gelaufen. Und ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich die Leute begrüßt hab in dem Video, weil wir haben so angefangen. Fuck, Alter, nee, das ist schon wieder, wieder kacke, dass wir uns so trennen. Oh, wer hat hier nen Generator angefangen? Äh, ich hab mal einen angefangen, hab aber gefällt, dann kommt uns gleich auf. Klar. Sie hat mich verloren. Okay. Mach nen Generator weiter. Ja, ich mach auch einen. Ja, ich heil mich grad. Ich bin ja nicht verfolgt. Wo seid ihr? Oh nein, wirst du echt verfolgt grade? Ich bin in deinem Haus. Will mich einer von euch heilen? Ja, wenn du zu mir kommst. Ich bin da hingelaufen. Nein, nein, sie haben abgelassen, sie haben abgelassen. Oh, ich hab das verfluchte Totem gefunden. Ja, mach. Sie kommt? Weil ich komm hier grad gar nicht voran. Das ist ja richtig widerlich gelegt. Also, ich hab ein Totem gemacht. War dir das falsch, Herr Mann? Ey, ja, dann ist es doch die gleiche wie vorhin, oder? Ey, das gibt's nicht. Wieso haben wir so Pech? Oh, mei. Oh, Alter. Wir waren bei 80%, zack, 50% wieder unten. Boah, das ist ärgerlich, ja. Aber wir haben trotzdem Vorteile, wir kriegen's echt schnell hin. Ah, scheiße. Hier an der Werkzeugkiste. Oh, nein. Die laufen nicht weg, sie ist doch noch... ...wärts schon nicht weg dran. Ja, ich werd befahren. Ich fang ihn an. Okay, jetzt müssen wir schon nicht weg. Jetzt müssen wir weg. Ah, dieser Fickfluch, wir werden schon längst fertig. Ja, ja. Sie ist immer noch bei mir, sie geht jetzt ins Haus rein. Ach so. Nein, das hätten wir trotzdem nicht geschafft. Vor allem, jetzt kommen echt viele Checks gerade. Das ist richtig nügelhaft, Alter. Ja. Das Totem muss weg, das... Ach so, ich hör dich beim Generator-Roman. Da ist ein Totem, aber nicht das Verfluchte. Ich kann mich irgendwer vor der Hälfte holen. Das gibt's nicht. Ja, ich weiß nicht. Dani, wo bist du? Ich bin komplett entgegengesetzt. Ich bin bei euch. Ja, du bist bei uns. Toll. Geil. Also vor der Hälfte schaffen wir's nicht. Ja, dann geh ich schnell. Weil, wenn's keiner macht. Irgendjemand muss es. Aber vor der Hälfte schaffen wir's wahrscheinlich nicht. Die Vorwarnung hat bei mir angeschlagen. Alla, die Kiste, die wir zubringen, aber... Oh ja. Oh, lol. Alla, wie viele Fähigkeitschecks kommt denn jetzt noch? Jenny, wo hat sie wohl gesetzt? Nirgendwo. Nicht, dass ich's gesehen hätte. Ja, dann renne ich durch, oder? Dani, laufen wir wieder nach oben zu anderen? Hier? Nee. Ah, fuck! Sie ist weg. Lol, sie hat sich weg teleportiert. Okay, krass. Jetzt kann's aber nicht. Schön. Komm, Dani, laufen wir wieder hoch. Oh, sie hat uns gesehen. Sie hat uns gesehen. La, block nicht. Bin gleich wieder da beim Generator. Lauf durch. Nicht stehen bleiben, Mensch. Also jetzt kann ich dich nicht mehr schützen. Also das hast du jetzt irgendwie selbst eingebrockt. Wo ist dieses Totem? Ich weiß es nicht. Oh nein, ich bin ja direkt bei dir. Scheiße. Da kannst du mich heilen. Hier, 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 hier. Oh, guck mal, hier. Lässt du dich liegen, oder was? Ja, aber sie ist irgendwie bei mir. Ich hab' die Pferde klappen. Ja, da ist auch ein Generator, wo die Chen liegt. Und der ist bei 80% oder sowas. Ja, die hat sie dann kaputt gemacht. Ich such' äh, immer noch. Wir haben echt, wir haben echt immer Pech mit dem Totem. Sie hat mich gesehen. Sie hat mich gesehen. Ich lauf' weg. Irgendjemand hol die Jenny. Okay, ich lauf' hin. Sie ist in mir her. Sie ist in mir her. Sie lauf' weg von der Jenny. So weit weg wie möglich. Weil ich brauch' ein bisschen. Ja, ich bin weit weg. Jenny, hast du gesehen, dass sie irgendwas gelegt hat? Ne, ne? Ne, ich bin auch grad weggekommen. Sie legt ne Falle vor dem einem Generator. Sie ist in der Hütte. Macht nen Generator kaputt, wo der Dani grad angefangen hat? Ne, ich hatte keinen angefangen. Fuck. So, Jenny ist heile. Ja, sie läuft wieder zurück. Hä? Was wird das jetzt? Hä? Ist da irgendwas ausgelöst, oder was? Ähm, ja anscheinend. Aber... Bei mir nicht. Bei mir eigentlich, das war so mehr als hättest du was ausgelöst. Nee, bei mir war's wie bei... Also... Also als hätt ich es halt auch grad nicht ausgelöst. Bei mir war das super leise. So, so, äh. So ganz leise, so, äh. Hat jemand im Haus schon nach dem Tod im gesucht? Nö. Aber ich bin grad beim Haus. Ja, ich geh ins Haus an. Was möchte ich halt? Hey, Con, bist du? Äh, ich hab's gleich. Beim Generator, wo die Jenny lag? Nee, ich bin... Ich such grad des... Da bin ich in der Nähe. Totem. Dann versuch den fertig zu machen. Dann... Ja, jetzt bin ich bei dem Generator, wo die Jenny lag. Also das mir grad auffällt... Sie, sie ist wieder bei uns in der Richtung. Ich glaub, wenn man alleine am Generator ist, kommt es seltener. Die Fähigkeitschecks... Ich hab's verkackt. Aber ich hatte mal einen richtig weit. Ich hatte da... Ja gut, der wird aber auch ganz unten sein, jetzt. Nee, ich hab's gefunden. Ja, dann mach. Hast du Zeit, das zu machen, oder wurdest du verfolgt? Nee, ich hab Zeit. Sie hat von mir wieder abgelassen. Geil. Dann fang ich hier einen an. Ich komm zu dir, dass der Perk aktiviert ist. Nee, warte. Ach, scheiße, sie kommt. Nee, nein. Ich bin... Ich... Ich hab auch ein... Ein... Loll. Alter, die drei Flüche dran, ey. Was zum Teufel. Was für ne Scheiße, Alter. Ich hab gleich einen Generator fertig. Oh, Flächigkeit checkt. Das war das Falsche. Ich fass es nicht. Das ist nicht, denn jetzt. Dann musst du dort, wo die Jenny liegt, ist noch eins. Oh, shit. Ich lauf hin, wo die Jenny liegt. Wirst du grad verfolgt? Nee. Ja. Dann lauf... Oh, du läufst genau 12 Grad zu mir. Ich lauf direkt zu Jenny. Ja, Leute, sie konnte zweimal zuschlagen. Halt dich hoch, Jenny. Ja, ja. Ich bin schon ganz oben. Ja, nee, das war der. Fluch ist aufgehoben. Achso. Fluch ist aufgehoben. Huh, shish. Oh, das gibt's nicht. Und jetzt mach ich so'n Fehler. Oh, ist das ehrlich. Gut. Der hängt ja direkt in der Nähe von uns. Ja. Und ich lauf hier voll in die Arme. Voll geil. Kann mich von euch jemand holen? Ja, dann hol ich ihn. Habt ihr den Generator, oder? Ja. Also, wo du dir das Totem kaputt gemacht hast, da. Ach nee. Mann, warum sieht die mich? Oh, der hat sich so angeschlichen. So, von hinten her hat sie sich angeschlichen. Alles sind weit irgendwie. Weil wir alle zu 50 Prozent angefangen haben. Oh, der ist wieder bei null. Was zum Teufel. Ich lauf Richtung Con. Die hat ne Falle direkt vor mir gelegt. Also. Ja, ich seh's bisschen, dass sie bei dir rumläuft. Ja. Dass du die Fähigkeit haben. Mach den Moment bitte im Haus, ne? Ja. Sie läuft zum Haus. Also Tote müssen wir keins mehr machen, ne? Macht's lieber Generatoren. Scheiße, sie hat mich gefunden. Dann könnt ihr... So, jetzt halt... Heil doch lieber erstmal den anderen. Jenny. Scheiße. Ähm. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen. Nein, lauf nicht zu kommen. Nee, sie sind zu mir her. Sie sind zu mir her. Sie sind zu mir her. Sie verfolgten Max, glaube ich. Lauf nicht ins Haus. Ich versuche irgendwie ein bisschen vom Con weg zu laufen. Ja, gut. Das ist grad. Wir sind alle beschäftigt. Die, 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 die... Jenny halten. Du lösst weg. Hier ist zum Fick einfach nicht. Ich was weg. Soll ich ihn holen? Ja, unbedingt. Irgendjemand muss mich holen. Komm. Ich mach Generatoren. Ja, mach die Generatoren. Also jetzt muss ich kämpfen. Jetzt bin ich beim nächsten Mal tot. Alle... Ich... Ich bin geschlichen. Wieso hat's ausgelöst? Wieso hat's ausgelöst? Bei uns ist ein Generator. Wollen wir den auch gleich anfangen? Achtung. Ja, genau. Genau. So bleiben. So bleiben. So bleiben. Sie kommt aber direkt... Oh, scheiße. Weg da, weg da, weg da. Sie teleportiert sich irgendwo hin? Ach, sie kann sich ja auch manuell teleportieren zu den Dingern, oder? Ich weiß es nicht. Nee, ich hab's ausgelöst. Darum hat sie mich glaub ich erwischt. Ach du hast es ausgelöst? Du hast es ausgelöst. Nein, oh Gott. Komm, 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 komm. Ich heil mich grad. Ach so. Weil er grad liebt. Ja, nee, dann... Ich häng er dem Arm und freeze. Ach so. Nee, nee, die geht. Hopp. Der Kon, das hast du jetzt schlecht getimt. Ja, hab's gemerkt. Ja, hab's gemerkt. Warte, ich hab vielleicht den Generator. Dann hol ich... Oder helfe ich bei euch. So jetzt. Sie geht Richtung Haus. Sie geht Richtung fertigen Generator. Ich konnte leider nicht sehen, ob sie bei mir eine Falle gestellt hat. Meine Kamera hat nicht. Bei mir ist ja keine Falle. Kon, wie weit bist du? 50%. Oh, das gibt's nicht. Oh, nee. Scheiße, nein. Und sie rennt natürlich instant zu mir. Alles klar. Alles klar, danke. Oh nein, 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 nein. Perfektes Teamle. Komm, hol mich. Perfektes Teamle hier. Holy moly. Nee, 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 nee. Schnell, 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 schnell. Oh, fuck. Kann einer gleich zu viel laufen? Ja, bin schon unterwegs. Bei mir ist ein Generator schon angefangen. Aber ich weiß, ob da eine Falle ist. Komm, komm, wir halten uns gegenseitig. Ja, ich hab's eh. Halt ihr euch beide. Okay. Bis ihr halt bei mir seid halt. Sagt, perfekt. Los. Oh, oh, da hast du. Ich bin schon kalt. Da war noch ein Generator, aber ich glaub, da ist eine Falle. So, der nächste. Das Glück geht jetzt schon los. Vorwarnung ging an. Ja. Hinter uns. Ja, sie hat mich gesehen. Wo war der Generator? Das ist, glaub ich, eine Falle. Jetzt könnten wir das aber auslösen. Okay. Nein! Nein! Also das passiert mir richtig, richtig oft, ne? Gross. Was, du bist tot, Kun? Ja, ja. Vorhin habt ihr ja ewig lang, das hat ja ewig lang gedauert. Oh nein! Sie hat gefährdet drin! Das ist der andere Fluch. Alter, die hat richtig... Nee! Ja, wir haben drei. Ja, wir haben drei. Despawned. 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 Despawned erst, wenn noch ein Totem übrig ist. Also hat sie vier drin. Oh, scheiße. Fuck! Kun, du warst eine Sekunde zu spät. Oh, lol. Ja, sie hat mich auch. Ah, Kun, wärst du eine Sekunde schnell gewesen. Dann hätte ich noch einen zweiten Versuch gehabt, aber nein. Komm schon, sei ein netter Killer und lass mich am Leben aufgeben. Ey, wieso ich? Ich war tot. Nein, ich meine vorhin, wo du mich vom Hark geholt hast. Wärst eine Sekunde früher da gewesen. Ja, gut, ich hab 86.000 Punkte. Eigentlich hätte die jetzt nett sein können zu mir, weil wir die letzte Punkte gegeben haben. Aber es war an sich keine schlechte Runde. Nee, es ging. Also wir hätten es schlimmer treffen können. Aber der hat richtig viele Punkte. Der hat 28.000 und dann jetzt... Ich hab 93.000. Bloß 300% oder sowas. Ey, das war halt, wir haben es richtig richtig richtig. Ich habe aus einer Runde 93.000 Punkte bekommen. Das war halt jetzt richtig richtig blöd, dass wir jetzt so einen Killer kriegen. Fähigkeit. Sie kann sich zu jedem Phantomfall teleportieren, Manuel. Fuck. Das ist richtig hart. Also, dass wir jetzt so einen harten Gegner kriegen. Holy moly. Aber hat auch Spaß gemacht, finde ich, ehrlich. Ja, es war extrem schwer, aber wir haben es relativ gut gemeistert. Also, es war nicht schlecht. Das Ding halt war dieser Fluch. Wenn der nicht drin gewesen wäre, wären wir draußen gewesen. Alle. Ja, ja, längst. Sag ich. Der wäre das so einfach gewesen. Das ging richtig flott. Weil wir diesen Fluch einfach... Das ging richtig flott. Weil wir diesen Fluch einfach... zuschauen und ähm... Bis zur nächsten Folge. Ciao.